Vorwärts immer. Eine deutsche Komödie, bei der ich eine Sache vermisst habe, nämlich das ZDF-Symbol oben in der Ecke. Ich hatte wirklich den Eindruck, hier einen TV-Film zu sehen, der sich auf eine Kinoleinwand verirrt hat. Das lag auch daran, dass die Leinwand, zumindest in dem Kino, in dem ich ihn gesehen habe, nicht voll ausgenutzt wurde, sondern man rechts und links schwarze Balken hatte. Womit ich aber jetzt nicht im Umkehrschluss klagen will, dass Fernsehfilme von Grund auf schlecht sind. Das ist kein Stück. Der vorliegende hat auch einen Punkt, der auf jeden Fall mein Interesse weckt. Das ist die weibliche Hauptdarstellerin, das ist Josefine Preuß. Wer mich kennt, weiß, ich mag die Frau. Ja, worum geht's? Der Film spielt im Jahr 1989. Josefine Preuß spielt eine junge, schwangere Frau in der DDR, die zu ihrer Mutter in den Westen gelangen will. Das soll gelingen über eine Demonstration, die einem Abend in Leipzig stattfindet und sie befindet sich halt auf dem Weg dahin. Das Problem ist, Erich Honecker hat für diesen Abend Schießbefehl erteilt und Josefine Preuß' Vater hat davon erfahren. Da dieser ein Schauspieler ist und spezialisiert auf die Rolle des Erich Honeckers, schleicht der sich jetzt ins Hauptquartier ein, um irgendwie diesen Schießbefehl in der Gestalt von Erich Honecker zurückzunehmen. Ist eigentlich ganz simpel, auch wenn ich es jetzt sehr sparrig erzählt habe. Und eigentlich ist die Grundidee sympathisch, nur ist dies ein Film, wo ich den Eindruck habe, man hat einen ersten Drehbuchentwurf verfilmt und nicht wirklich nochmal nachgearbeitet. Vieles stimmt, aber ebenso viel, beziehungsweise einiges mehr stimmt nicht. Der Film verläuft eben in zwei Handlungen, zum einen eben alles, was der Vater mit seiner chaotischen Schauspieltruppe da unternimmt, um irgendwie diesen verdammten Schießbefehl uns unschädlich zu machen. Auf der anderen Seite haben wir Josefine Preuß, die mit gleich zwei Männern unterwegs sind, dem Vater ihres Kindes und noch einer, wo sie eben nach Leipzig gelangen will, um über die Grenze zu kommen. Das sind wirklich so zwei separat laufende Handlungsstränge und keiner wird richtig verfolgt. Vor allem der von Josefine Preuß reiht einfach nur ein paar möglichst spannende Situationen aneinander, dass sie dann da verfolgt werden, dass sie über ein Dach klettern müssen oder so. Das sind kurze, nette Momente, die aber wirklich so wie Auffüllnummern wirken. Der eigentliche Fokus liegt dann eben auf dem anderen Part. Das ist eine Truppe schräger Schauspieler, wo Jörg Schüthauf eben dieses Honecker-Double spielt. Und das Problem ist, dass die Grundidee wirklich sympathisch ist, aber in der Umsetzung scheitert es vor allem daran, dass es zu gewollt ist. Es gibt zum Beispiel einen Part, wo quasi die Szene vorschreibt. Er steht am Anfang an einer Treppe, am Ende der Szene muss er bewusstlos am Boden der Treppe liegen, damit er da entsprechend weiter transportiert wird. Und wie er dann unter welchen Umständen die Treppe runterfällt, wirkt nicht lustig, sondern gekünstelt und gezwungen. Und das ist der Effekt, der auch viele andere Szenen zutrifft. Die sind so gewollt erzwungen komisch und sind es dadurch gerade nicht. Mit einer Sache habe ich mich auch noch ziemlich schwer getan, und zwar der Film eröffnet mit alten Nachrichtenaufnahmen. Damit habe ich mir gesagt, okay, in diesem Filmkosmos ist Erich Honecker oder existiert Erich Honecker als er selbst. Er wird also demnach in der Handlung nicht vorkommen, aber ich weiß, wie er aussehen wird oder soll. Nur, dass dann im weiteren Verfilm auch Erich Honecker als komplette Person hier auftaucht. Das heißt, Jörg Schüthauf spielt den Schauspieler, der ihn verkörpert, äh, der ihn dubelt, so wie das Original. Und gleichermaßen habe ich vorher Aufnahmen gesehen vom echten Erich Honecker. Also irgendwie fand ich das für sich nicht so ganz stimmig. Und auch ansonsten, der Film hat wie gesagt eine Dreiecksliebesgeschichte, die kein Stück nachverfolgt wird. Jede Menge Nebenfiguren, die stellenweise verpuffen und das überstürzeste, hastigste Ende, das ich selten, sowas habe ich noch nie gesehen. Also das kann ich wirklich sagen, der Film hakt quasi, nachdem der große Höhepunkt überschritten ist, in 30 Sekunden den Rest ab. Und das fand ich richtig verstörend. Insgesamt aber ein Film, der durchaus Sympathie besitzt. Also die Darsteller sind nicht unsympathisch. Und ich glaube auch Jörg Schüthauf in dieser Doppelfunktion als Erich Honecker und eben als einen Schauspieler, der Erich Honecker verkörpert, dürfte viel Spaß am Spiel gehabt haben. Leider lässt sich der auf den fertigen Film nicht übertragen. Zu viele unverendete Handlungsstränge, zu gewollte, platte Komödie und eigentlich nur ein Abhaken der Strichliste, was man bei typischen Verwechslungskomödien so alles mit drin haben sollte. Mir hat das nicht gereicht und wie gesagt, ich habe ihn in einer Sneak-Preview gesehen, aus der bestimmt das halbe Kino im Laufe des Films auch geflohen ist. Und deswegen denke ich, dass zwei von fünf Punkten für den Film ganz aussagekräftig sind. Es wird ihn ab dem 12. Oktober in den deutschen Kinos geben und ich denke mal, auch dieser Film wird relativ unter dem Radar bleiben, im Gegenzug, wenn es ihn mal ins Fernsehen verschlägt. Ich glaube, das ist so ein Ding, dass eine Fernsehzeitschaft als Tagestipp hin bekäme. Da wäre es noch nicht mal so verkehrt, aber ich glaube, Kinomaterial ist dies nicht. Wie seht ihr das? Findet ihr die Idee spannend? Mögt ihr die Darsteller? Josefine Preuß, Jörg Schüttauf, etc.? Wenn euch was dazu einfällt, haut es mir doch rein in die Kommentare unter dieses Video. Ihr könnt ansonsten wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!